Hi Willkommen zurück zu Mirrorside 2 mit einer neuen Folge und wie immer ich habe meine Klappe während der Episode und wir hören uns am Ende nochmal. Viel Spaß! Gehen! Du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird dir alles dem Erdboden gleich machen. Für sein Brabens-Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich. Aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur bei den Kruger-Sec-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich hab immer Glück. Plastik. Kannst du mir helfen, bei K-Sec einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei K-Sec? Im Hauptquartier? Klaro. Gut, legen wir los. Fade? Kannst du mich hören? Wo steckst du? Ich hab Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Was? Das ist doch... Wann? Ich bin grad dabei, die Information zu überprüfen. Losartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Blech November verabschieden sollten. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlicher. Ich hab gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, Isabel Kruber könnte sie die nächste Zeit machen. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Wir hauen weit ab. Okay. Was ist das? Ah! Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Hey! Ich bin hier drüben. 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 Mach dich auf den Weg in New View. Ich suche so lange nach einer Möglichkeit, ins Crew-Bestack-Hauptquartier einzubrechen. Ich habe gerade ein Mitarbeiter ausgeschaltet. Ich bin hier drüben. 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 Wir werden die guardianpläne behalten. Sie sind wunderschön. Und voller unglaublich interessanter Dinge. Wusstest du, dass Reflection eine Flüssigkeit ist, die injiziert wird? Sie ist voller Naniten, die mit dem Wurzkörper verschmelzen. Reflection stellt eine permanente Verbindung mit dem Grid her. Ich schätze, genau das meinen Sie wohl mit. Werden Sie eins mit dem Grid. Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand um das Stressniveau regulieren. Wenn die Leute das für nicht von sich aus... Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Noch nicht. Hier Control. Unsere Sensoren liefern keinerlei Daten. Halten Sie dennoch weiter die Aufruf. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Docks sind schärfer als bei WFYO. Multispektralsensoren, halbautonome Verteidigungssysteme und alles mögliche andere. Die haben da sogar Flugabwehrsysteme. Mal ehrlich, wer würde denn einen Luftangriff auf Kruger-Sack ausführen? Die sind in der Menschen, eine Schlagebewerke-Sack. Die sind in der Schacht disappointed, weil es nur noch ein Rennen gibt. Die sind in der Schachtel ist. Sie werden die Schachtelbewerke-Sack. Dieich, 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 diete Stellen als elections sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Was ist das? 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 Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, Likes und Subscribe jetzt euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann!